Das war heute ein gutes Training. Alle haben toll mitgemacht. Was Josh McNary und die Vergewaltigungsvorwürfe gegen ihn angeht, wir haben Josh suspendiert. Er hat jetzt Zeit, sich um seine Verteidigung zu kümmern. Ich werde das hier nicht näher erläutern. Unser Team konzentriert sich im Moment ohnehin nur auf eines und das ist das Spiel gegen die New England Patriots. Unser Fokus liegt vollkommen auf den Patriots. Am Sonntag müssen wir gegen sie antreten und sie sind ein großartiges Football-Team. Der chinesische Philosoph Zhuang Xi hat mal gesagt, wenn es für einen Bogenschützen um nichts geht, trifft er alles. Kann er eine Gürtelschnalle aus Messing gewinnen, wird er schon nervös. Wenn es um einen Goldpreis geht, wird er blind oder sieht seine Scheiben doppelt und verliert alle seine Fähigkeiten. Wir konzentrieren uns nur aufs Gewinnen und könnten deswegen auch erblinden. Wie der Motivationscoach Kevin Elko sagen würde, wenn man sich auf die kleinen Dinge konzentriert, wird man viel sehen. Wenn man das Ganze betrachtet, wird man nichts erkennen. Ich sehe viel, ich sehe nichts.